ein hallo von mir herzlich willkommen von eurem giles jetzt mit einem schnell guide und zwar bezüglich schriftgröße es hat änderungen gegeben wenn ihr mit npcs redet so wie hier dann ist diese schrift mega mega klein viele haben sich darüber beschwert und es gibt da ganz einfache lösung und zwar braucht ihr die virtuelle maus so wie mein voll ich habe jetzt die maus bei mir das feld ist generell schiebbar wenn ihr hier jetzt auf die rechte maustaste klickt und haltet ihr müsst sie unbedingt halten dann auf fenster skalieren die linke maustaste drücken die rechte immer noch gehalten lassen dann könnt ihr hier skalieren und dann zum beispiel 120 mit der linken bestätigen und dann könnt ihr alles auslassen und dann ist das fenster wenn das nächste mal aufmacht wieder so groß wie ihr wollt und ihr könnt es auch hin und her schieben also noch mal rechte maustaste fenster skalieren rechte halten ganz wichtig linke maustaste drücken jetzt ich habe immer noch die rechte maustaste gedrückt auswählen einfach bestätigen mit der linken taste und wenn es euch passt die rechte auslassen das war es schnell geht zu den schriften ich hoffe das hilft einigen weiter somit ein tschüss von mir bis zum nächsten mal